Ich begrüße euch zu meinem 25. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Rederecht. Muss es wirklich sein, dass man sich wegen Worten beleidigt fühlt? Wo endet das Recht auf Meinungsfreiheit und wo fängt die Beleidigung an? Kann man jemanden durch Äußerungen seiner Meinung tatsächlich in seiner Ehre verletzen? Ich bin der Ansicht, dass so etwas wie Beleidigung nur durch ein ausgesprochenes Wort nicht geben kann. Beleidigung ist ein subjektiver Begriff und ist nicht quantifizierbar. Personen mit gestörter Persönlichkeit sind es, die sich durch Worte oder die Äußerung abweichender Meinungen beleidigt fühlen. Wenn sich jemand wegen einem ausgesprochenen Wort beleidigt fühlt, ist das ein Zeichen dafür, dass diese Person weder Selbstbewusstsein noch irgendeinen noch so geringen Selbstwert verspürt. Solche Leute sind zu bedauern und sollten sich einem Psychiater nehmen, der ihre Probleme therapiert. Eine Beleidigung kann sein, wenn jemand einen anderen Menschen gegen den Willen den Kopf kahl rasiert, also eine Körperverletzung begeht und diesen so diffamiert bloßstellt. Eine Beleidigung kann auch sein, wenn jemand verleumderisch Unwahrheiten über jemanden verbreitet oder jemanden öffentlich diffamiert. Beleidigend kann aber niemals sein, jemanden seine Meinung zu sagen, auch nicht unter Benutzung von Kraftausdrücken oder Schimpfworten. Beleidigungen nur durch Worte gibt es nicht. Im Grunde sollte jeder zu jeder Zeit immer alles sagen dürfen. Da die Grenze zwischen der gefühlten Beleidigung und der Meinungsfreiheit eher fließend ist, sollte man grundsätzlich die Redefreiheit schützen. Das Recht, alles zu sagen zu dürfen, ist erheblich hochwertiger einzustufen als die Eingeschnapptheit von charakterschwachen Personen. Der Schutz von Meinungsfreiheit geht nicht weit genug. Dieses auch, weil sich mittlerweile Personen beleidigt fühlen, wenn ihnen die Meinung des anderen nicht gefällt. Erkennbar hier ist, dass diejenigen, die Toleranz von allen fordern, nicht in der Lage sind, andere Meinungen zu tolerieren. Um dem noch einen oben drauf zu setzen, wird dann die abweichende Meinung eines anderen als Hassrede ausgelegt. Ist es wirklich Hass, nur wenn man eine andere Meinung hat? Ich liebe es, Fleisch zu essen und es ist für mich unbegreiflich, wie Vegetarier oder vielmehr Veganer ohne den Verzehr von Fleisch oder tierischen Produkten glücklich leben und geschmackvoll essen können. Da geht meine Meinung von der Meinung vieler Veganer und Vegetarier ab. Dennoch, ich akzeptiere diese Menschen und sehe keinen Grund, diese zu hassen. Videos zu Fleisch, aber auch zum Thema Veganer und Vegetarier werden noch kommen. So wie bei diesem Thema ist es bei allem. Man kann die Absicht aller Personen akzeptieren, ohne direkt Hass zu vermuten. Sachen wie das NetzDG führen eher zur Zensur als zum Schutz der hoch gehaltenen Meinungsfreiheit. Erst recht, wenn andere Meinungen als Hassrede ausgelegt werden. Man kann natürlich alles positiv genauso wie negativ auslegen. Wenn jedoch das Beleidigtsein nicht mehr greift, wird versucht, die Rassismuskeule zu schwingen. Zum Thema Rassismus wird es noch ein gesondertes Video geben, deshalb hier nur in Bezug auf die Redefreiheit angeschnitten. Durch politische Korrektheit wird versucht, uns Begriffe zu nehmen, die uns in unserer gewachsenen Sprache in Fleisch und Blut übergegangen sind. Viele laufen mit einer Schere im Kopf durch die Welt, immer mit der Frage im Hinterkopf, ob man das eine oder andere noch sagen darf oder nicht. Um diesen Unsinn zu verdeutlichen, will ich euch von einem Vorkommnis erzählen. Ich stand in einer Konfessorie und während ich mir ein paar Pralinen kaufen wollte, stand ein Schwarzafrikaner neben mir und bestellte sich Negerküsse. Der ideologische Begriffswahnsinn hat die Konfessorie dazu gebracht, diese als Schaumküsse umzubenennen und ein Neger bestellt sich Negerküsse. Das nenne ich verdrehte Welt. Betroffene, für die die Begrifflichkeit aus Toleranz angepasst wurden, benutzen unsere gewohnten Begriffe und uns sollen sie verboten sein. Für mich ist es auch unverständlich, wieso jahrelang genutzte Begriffe plötzlich nicht mehr gesagt werden sollten. Wenn ich diese Begriffe auch heute noch verwende, weiß zumindest jeder, was ich meine. Davon auszugehen, dass sich jemand von dem Begriff Eskimo oder Neger verletzt fühlen könnte, ist genauso hirnrissig, eine Speise wie das Zigeunerschnitzel umzubenennen. Im Übrigen beim Zigeunerschnitzel weiß ich, dass es von dieser Gattung entwickelt wurde. Bei einem Sinti- oder Romaschnitzel wüsste ich gar nicht, was ich bekomme. Ein Schnitzelromaner gibt es nämlich auch, ist aber mit dem Zigeunerschnitzel nicht vergleichbar. Abgesehen davon halte ich die Bezeichnung Sinti- und Romaschnitzel für erheblich rassistischer als den altbewährten Zigeunerschnitzel. Dieser Wahnsinn geht ja so weit, dass Mohrenapotheken sich umbenennen mussten und der Sarotti-Mohr abgeändert werden musste. Für tausende Euro unserer Steuergelder werden Straßennamen geändert, weil der Mohrenweg oder die Zigeunerstraße plötzlich mit Rassismus gleichgestellt wurden. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. Diese unmögliche Verunglimpfung von Begrifflichkeiten muss ein Ende finden. Die Unvernunft kann kaum größer sein. Nur weil ich von einem Türken rede, dessen Namen ich nicht kenne, heißt es doch nicht, dass ich dieser Person feindlich gesonnen bin. Wenn ich mir ein Zigeunerschnitzel bestelle, dann doch nicht, weil ich etwas gegen Zigeuner hätte. Worte müssen ausdrücken, was man sagen will, und zwar so, dass es jeder versteht. Alles, was auf andere Ethnien oder Nationalitäten in einem Begriff hinweist, als Rassismus abzutun, zeigt, dass Personen, die so denken, ein Problem haben. Möglicherweise Verfolgungswahn. Eine Bezeichnung, welche die Ethnie, den Ursprung oder das Aussehen einer Person bezeichnen, kann nicht rassistisch sein, sondern zeigt lediglich bestehende Unterschiede auf. Jeder muss uneingeschränkt alles sagen können, und zwar so, dass es auch jeder unmissverständlich versteht. Das schließt auch ein, dass das Verkomplizieren unserer Sprache durch Gender-Elemente eher dazu führt, nicht mehr verstanden zu werden und sollte unbedingt beendet werden. Nur absolute Redefreiheit bedeutet auch absolute Freiheit für jeden Einzelnen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg 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 Jörg